Die Capitals gewannen heute 4 zu 1 gegen den KFC. Neben mir steht Kevin Guedeau. Wie fandest du die Leistung von deinen Spielern heute? Bitte? Die Leistung von deinen Spielern heute. Warst du zufrieden? Ja, sehr zufrieden. Wir haben sehr gut begonnen von der ersten Bulli. Wir waren wirklich bereit. Ich denke, wir haben das Spiel verdient zu gewinnen. Warst du zufrieden mit den ZD-Unterschiedsrichtern? Ja, sprechen wir nicht so viel über die Schiri. Ich denke, wir haben mehr Überzahl verdient. Aber ich bin einfach froh, wir haben gewonnen. Wie geht es den verletzten Spielern? Ja, die verletzten Spiele kommen nächste Woche zurück. Rote wird anfangen am 1. Januar. Und auch unsere neue Spieler, Saro, kommen zu spielen. Wir haben nur Darcy Warenka mit einem gebrochenen Fuß und Dolezal mit einer Knieverletzung. Also die werden dieses Jahr nicht mehr spielen können? Dieses Jahr sagen wir nicht. Aber Darcy kommt sicher zurück in zwei Wochen. Dolezal ist fraglich. Ja. Und was sind die Wünsche für nächstes Jahr? Was sind Ihre Wünsche für das neue Jahr? Für das neue Jahr wünsche ich allen nur Gesundheit und Liebe. Okay. Und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.